Der Gedanke, dass ich eigentlich jetzt zu dieser Zeit, in dieser Zeit nach Leipzig gehen müsste, der kam durch die Ereignisse. Und ich habe zunächst, ja, habe das so hingenommen, habe zugesehen, ich habe im Februar völlig unabhängig von Vereinigung und so weiter, habe ich an den Rat der Stadt, das war der Oberstadtdirektor, den gab es damals noch, habe ich an den Rat einen Brief geschrieben, ich wollte nicht wiedergewählt werden. Es war also eine Diskussion. Ich hatte, auch das hatte verschiedene Gründe, nicht weil ich mich mit Herbert Schmalstich nicht vertragen habe. Wir hatten gelegentlich Konflikte, aber er war ein völlig anderer Typ als ich. Das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war, ich war mit der Gemeindeordnung und dem Oberbürgermeister und dem Oberstadtdirektor, war ich nicht mehr zufrieden. Denn es ist unvermeidlich, dass man als Chef einer Sache auch unangenehme Entscheidungen treffen muss. Die habe ich auch getroffen, aber das politische Backing, den Rückhalt, den hatte ich in Hannover nicht. Ich war im Grunde rein theoretisch viel mächtiger als der Oberbürgermeister. Der Oberbürgermeister der damaligen Ordnung war gewissermaßen ein Mitglied des Stadtrates. Es war noch nicht einmal seine Hauptaufgabe, Oberbürgermeister zu sein. Und ich war Chef der Verwaltung, ich war der gesetzliche Vertreter der Stadt. Also alles ganz prima, hört sich ganz prima an. Aber ich hatte für das Unangenehme nicht die Möglichkeit zu sagen, Leute, entweder mit mir oder ohne mich. Und das ist etwas, was wir haben ja nachher auch dafür gesorgt, dass diese Gemeindeordnung, wie sie in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen vorhanden war, dass die aufgehoben wurde. Das gibt es heute nicht mehr. Ich habe also an den Rat der Stadt geschrieben, bitte, dann und dann läuft das ab. Ich kriege das so langsam mit, das wird diskutiert und ich möchte darum bitten, dass ich nicht wiedergewählt werde. Richtet euch darauf ein. Das war noch ein Vierteljahr vor der Zeit, aber sowas muss man ja machen. So, das war die eine Geschichte. Und dann hatte ich, aber das war ganz was anderes, dann hatte ich das Gefühl, da in Leipzig und so weiter, jetzt bauen die dort eine Kommunalverwaltung auf. Also, da gehöre ich hin, hier in Hannover, das läuft alles und so, aber da gehöre ich hin. Und ja, und dann kam nach der Volkskammerwahl, die fand, das sind so Zeiten, wo man dann also genauer, das war der 18. März 1990 und in der darauffolgenden Nacht, beziehungsweise nachts um 12, da kam ein Anruf aus Leipzig, ob ich wohl, und sie hätten keinen, und hätten sie gerade, es kam aus einer Sitzung heraus, also ob ich da wohl in Betracht käme. Und das fiel auf diese psychologische Seite. Und dann habe ich gesagt, naja, das war ein sehr weitgehender Schritt. Und die Gründe, Ja zu sagen bei dieser Anfrage, erstens, das will ich also ruhig, ich wollte, es sollte mir ein Dicht passieren, dass ich an einer wichtigen, historisch wichtigen Stelle, und das wusste ich, im Gegensatz zu den Bonnern, das wusste ich, dass das wirklich historisch wichtig war. Also erstens, wenn ich da war, dann wollte ich nicht Zaungast sein und einen schlauen Bauch haben, sondern ich wollte mittun, erstens. Zweitens, die äußeren Umstände waren günstig. Ich habe vier Kinder, meine Frau und ich, Entschuldigung, meine Frau und ich, wir haben vier Kinder. Der letzte war gerade aus dem Haus, der war 18 und 19, hat er gerade Abitur gemacht, war raus. Das war diese Sache, die, ich habe mir, ich bin auch, ich habe das ja vorhin geschildert, ein Nachkriegskind, bin also durchaus gewohnt in, sagen wir mal, in schmäleren Verhältnissen. Wir haben in Hannover eines der schönsten Häuser, habe ich selbst gebaut, direkt am Großen Garten, also schöner geht es in Hannover gar nicht. Aber da habe ich gesagt, na ja, dann muss ich das Haus eben aufgeben, gebe ich es eben auch. Insofern bin ich also Nachkriegs und so weiter. Es waren also verschiedene Gründe, negative Gründe. Jedenfalls habe ich dann ja gesagt. Allerdings habe ich mich, ich wollte nicht etwa nur das, das habe ich von vornherein gemacht, das hat sich also auch roter Faden durchgezogen. Ich wollte nicht als SPD-Mann, sondern ich wollte als jemand, der was von der Sache verstand. Und ich habe mein Leben lang Kommunalpolitik, habe im Städtetag angefangen, war in Köln Beigeordneter und war dann elf Jahre immerhin, also in Hannover, Oberstadtdirektor gewesen. Also mein Handwerkszeug verstand ich.